Nicht schön, nicht schön. Gerade zwei Verluste. Na gut, ich habe gelernt, Feuer ist halt nur schmerzhaft am Ende der Runde. End turn. Und jetzt bitte, bitte bringt ihn da um, bevor er rankommt. Kaputsch. Komm, 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 sehr schön. Keine Ladehemmung bisher. Sauber. Jetzt hier oben. Nicht gut. Ja. Glück gehabt. Warum schießt du nicht? Warum schießt du nicht? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht nach dem Nahkampf ist man nicht mehr im Overwatch. Das könnte sein. Guck mal, jetzt bitte triff. Bitte triff. Also. Du. Was da hin? Wir haben keine Deckung für hier, fällt mir gerade auf. Das heißt, wenn jetzt hier einer durchläuft, muss er das alleine machen. Und von da kommen auch noch welche. Nicht, 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 nicht gut. Du. Unten sind gerade keine Blips. Geh mal nach da und guck nach da. Genau. Kaputt. Du geh in Overwatch. Du hast keine Punkte mehr. Da kommt ganz viel. So. Du. Geh vor. Die da rechts dürften nicht an dich rankommen in der nächsten Runde. Und du kannst dann da sichern. Und der andere könnte hier sichern. Wenn du. Also du. Da hin. Hammertyp hinterher. Du. Overwatch. Du. Overwatch. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Mission wieder sehr viele sterben werden. Aber schaffen müssten wir sie. Aber ohne Verluste schaffen ist doch irgendwie schöner. Okay. Entern. Sergeant. Einer tot. Zweiter tot. Nein. Ladehärmung. Komm schon. Drei Ladehärmung. Nein. Tot. Ich glaube, das wird nichts. Jetzt kommen endlich welche unten. Okay. Sechs CP ist gut. Wir haben hier keinen Sergeant mehr zum Neuwürfeln. Du. Öffne die Tür. Und gehe erst mal in Overwatch. Das ist so ein Mist gerade. Stirb. So. Da sind noch ein paar. Dahin drehen. Tür öffnen. Tür öffnen. Tür öffnen. Tür öffnen. Na. Komm schon. So. Overwatch. Du. Hinterher. Du. 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 Overwatch. Also. Er hier bringt euch hoffentlich den da um. Er hier. Ist. Stirbt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Stirbt. Also müssen wir auch die zwei Punkte Hilfe benutzen. Und haben jetzt. Ja. Doch. Wir haben noch Punkte über. Okay. Ah. Du. Rückwärts. Overwatch. Drück die Daumen. Na schon mal gut. Das ist nicht gut. Oh. Ist doch knapp. Wir müssen noch einen Kommandpunkt haben. Jo. Und eine Ladehemmung. Und der Gegner ist direkt vor dir. Nicht schön. Da kommt welche. Das ist okay. Die werden weggepackt. Und wir hören auch wieder Kugeln. Das ist gut. Ja. Das ist gut, dass hier unten jetzt wieder ein paar rauskommen. Sonst hätten wir da oben echt ein Problem. Wenn sie alle oben rauskommen würden. Was ich als Jeans-Dealer-Spieler machen würde. Wahrscheinlich. Das Spiel allgemein ist sehr interessant, wenn man es mit mehreren Leuten spielt. Äh. Reroll. Und wieder eine zwei. Okay. Du. Rückwärts. Overwatch. Du. Ladehmermung bis die Ereitigen. Steht direkt vor dir. Du. Dreh dich. Schieß dabei einen leeren Gang. Okay. Du gehst da hin. Gehst in Overwatch. Du musst den da töten. Es geht nicht anders. Wir haben noch zwei Versuche. Okay. Jetzt haben wir aber keine Command-Punkte mehr für... Also jetzt haben wir keine Command-Punkte mehr für Ladehmer geheben. So. Du. Dein. Und stellt sich da nicht hier hin, um da oben mitzudecken. Tür öffnen. Ein vor. Du. Könntest du dich... Da sind die Tür zugemacht. Lalalala. Du. Dein. Du wirst eigentlich nur im Weg stehen. So. Overwatch. Overwatch. Ich hätte das genau andersrum machen müssen, fällt mir gerade auf. Wir hätten ihn da unten hinstellen müssen. Dann schießt der nicht ganz so häufig und spart seine Munition. Und den dann mit endlich viel Munition dahin. Gut. Fürs nächste Mal. Man lernt hier mal dazu und so. Tot, tot, tot. Squad Lorenzo sieht nicht gut aus. Äh. Intern. Keine CP für Ladehemmung. So weit. Wirklich gutes Würfelglück. Richtig gutes Würfelglück. Wo kommst du mehr? Oben hatte ich gar keine gesehen. Okay. So. Du gehst rückwärts. Sehr cool mit der Kamera. Ähm. Du. Overwatch. So. Du. Stellst dich da hin. Alternative. Du bleibst da stehen. Gehst in Overwatch. Du stehst gleich eigentlich einfach nur noch im Weg. Kann das sein? Glaub schon. Ja. Wirst du. Joa. Du. Geh mal zurück. Dann muss ich auch mal schon verarscht vorkommen. Sie befehlen. Lauf mal den Jungs hinterher. Dann lauf mal wieder zurück. Und dann lauf mal wieder da und dahin. Und da durfte keiner den Gegner umbringen. Äh. Du. Da lang. So. Nächster Squatch. Du. Overwatch. Du. Overwatch. Und 2 ACP für Ladehemmungen. Aber ja. Sieht sehr gut aus. Die 2 Tode hätten echt nicht sein müssen. Aber die Mission müsste ein Sack sein. Außer wir haben jetzt extremes Pech beim Würfeln. Oder Command Points. Da muss ich nur halt echt dran denken. Die immer neu zu würfeln, wenn sie unter 3 sind. Also 1 oder 2 neu würfeln. Und das war's schon. Sauber. Das war jetzt nur ein Punkt dazu. Richtig. Au. Au. Wart mal. Wir hatten 2 Command Punkte. Dann kam der Zug von den Genzealern. An unserem Zug hatten wir 3. Also bin ich davon ausgegangen. Wir haben unsere alten 2 behalten. Und haben eine dazu bekommen. Also das ist jetzt. Komisch. Also wird am Ende der Genestealer Runde unser Pool auf 0 gesetzt. Und dann neu gewürfelt. Ich würde kein... So und du. Overwatch. Du. Versuch mal 1, 2 zu dackern. Genau. Overwatch. Du. Mach Platz. Yes, my lord. Und du. Lauf. Durch. Und den 1 CP benutzen wir dann für Ladehemmungen. So. Euch nicht vergessen. Overwatch. Overwatch. Intern. Turn. Ein Befehl. Overwatch. Bis etwas anderes gesagt wird. Ja auch ganz schick. Das wird das ein wenig vereinfachen. Quatsch. Und. Das war schon. Okay. 4 Punkte ist okay. Du. Zurück. Overwatch. Overwatch. Du schießt zweimal auf den. Ebenfalls Overwatch. Du. Stellst dich an die Wand und wartest. Du. Overwatch. Du. Overwatch. Und. Du. Können das jetzt mal 2 Command Punkte verbrauchen. 2 müssen eigentlich reichen für Ladehemmungen. Zumal ja kein Gegner in derselben Runde. 1, 2, 3, 4. Ah doch. An ihn könnten sie ran. Er sollte gleich mal einen Schritt zurück machen. Jetzt muss da ja niemand mehr durch. So. Ja. Ist gut so. Boah. Alles kein Problem. Wart mal da oben. Oh. Wir haben von da gar keine Deckung. Ja. Das ist jetzt nicht so schön. Da müssten wir. Ihn mal ganz kurz umpositionieren. Wir haben richtig viele Command Punkte. Du. Dreh dich mal nach da. Ist die Tür offen? Ja. Er kann einmal durchgucken. Bis zu den Blit da hinten. Oh. Drei Stück. Okay. Du. Overwatch. Du. 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 Einen nach hinten. Und Overwatch. Du. Da. Hin. Und nach da drehen. Also drei Runden schätze ich weiß er noch. Du. Overwatch. Du. Overwatch. Und da könnte eigentlich gar nichts mehr schief gehen, wenn ich das richtig sehe. Die werden jetzt von dem umgebracht. Im Notfall geht er da hin und geht nach da an Overwatch. Und wenn der da raus tritt, wird er auch zerschossen. Jo. Und jetzt kommt irgendwo aus einer Wand ein Jeans-Tealer raus und bringt jemand um. Das wär's noch. Hat er gerade nicht die Wand geschossen? Das sagt komisch aus. Ladehämung, Ladehämung. So ein bisschen zu nah dran für meinen Geschmack. Da ist schon wieder ein Grafik wieder gewesen. Dass der da schriegt, durch die Wand versucht zu schießen. Seine Munition dürfte auch nicht mehr so gut aussehen. Drei CP. Ne, ist okay. So, du. Wohin schießt du? Oder sicherst du? Da ist okay. Du. Unjamming Weapon schießt einmal. Gehst in Overwatch. Du Overwatch. Du hast nichts. Du. Läufst dahin. Du Overwatch. Du Overwatch. Du Overwatch. Damit sind wir schon durch. Jo. Zwei, drei Schuss hat er noch. Und das reicht auf jeden Fall. Wir hoffen einfach auf gutes Würfelglück bei den Command Points und lassen ihn in den Eimer durchspringen. Wir haben Command Points. Ja komm. Genau, wir haben Command Points. Das wird auch noch ganz praktisch, dass in dieser Phase hier irgendwo so ein Counter angezeigt wird, wie viele Command Points man noch hat. Allgemein ist das Interface recht spartanisch. Was hier auch ganz schick ist. Also, in der Phase sieht man natürlich mehr, was man machen kann. Aber auch in der anderen Phase könnte man noch ein paar Sachen einblenden. Oh ja. Oh ja. Overwatch. Overwatch. Und das hätten wir uns alle sparen können, weil er kann durchlaufen. Ja, sieht so aus. Und geschafft. Sauber. Ich finde es nicht sehr ehrenhaft, dass zwei Leute gestorben sind, nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Aber, na gut. An sich war die Mission schon ein wenig interessanter als die letzte. Aber auch noch sehr machbar. Aber ich denke mal, das wird recht bald einen ganzen Zacken schwerer werden. Also, ich weiß noch damals, als ich das gespielt hatte, da kam ich recht schnell ins Schwitzen. Hab dementsprechend dann auch recht früh aufgehört. Weil ich halt noch wesentlich jünger war und ungeduldiger. Das will ich jetzt revidieren und die ganze Kampagne durchspielen. Aber ja, jetzt erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns gleich wieder für Mission Nummer 4. Bis zum nächsten Mal.